Wenn man über Getränkegläser nachdenkt, denkt man zwangsläufig nicht sofort an Digitalisierung. Wir schon. Robiotik wendet sich an den Mittelstand in Deutschland und möchte die gesamte Palette IoT anbieten. Wir haben uns gedacht, gehen wir mal in die Gastronomie. Füllstand im Bierglas. Wir haben so den smarten Bierdeckel entwickelt. Das heißt, der Bierdeckel weiß, was steht für ein Glas. Auf und drauf, wie schwer ist das und wie viel Getränk ist drin. Und diese Daten werden in die Cloud übermittelt. Wir können direkt darauf reagieren, wenn ein Gast sein Glas leer getrunken hat. Er erscheint bei uns hinter der Theke eine Meldung. So können wir wieder mit dem nächsten Glas anrücken. Für uns bei Robiotik war wichtig, dass wir eine Lösung schaffen, die ohne administrative Aufwände ermöglicht wird. Das heißt Plug & Play. Die Telekom ist dabei unser Partner. Denn nicht jedes Restaurant oder jedes Brauhaus hat ein gutes WLAN zur Verfügung. Wir mit unserer SIM-Lösung und mit der neuen NB-IoT-Technologie konnten das perfekt umsetzen. Jetzt, wo der Neustart vor der Tür steht, bin ich froh, auf so eine innovative Möglichkeit zurückgreifen zu können. Was im Umkehrschluss x-mal mehr Service für die Gastronomie bedeutet.